Sehen wir uns zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten V-Log. Heute mal wieder ein bisschen Gelaber um den Fußball und alles was so passiert, beziehungsweise mal ein ganz bestimmtes Thema. Ich habe es auf Twitter heute schon angestellt, ich habe im Bus darüber überlegt und deswegen möchte ich jetzt heute darüber reden. Jetzt genau geht die Waschmaschine wieder an, aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm. Mir geht es nicht so gut heute, ich bin ein bisschen krank, ich bin noch, ach, keine Ahnung. Ich war schon im Gym und so weiter und so fort bin jetzt gerade nach Hause gekommen und möchte jetzt ein bisschen über das reden, was ich mir gedacht habe. Über DFB-Pokal kann ich jetzt schon mal ankündigen, weil heute kommt unter anderem noch Karrieremodus, das heißt kein anderes Video, aber morgen wird dann DFB-Pokal nochmal kommen, ein Review. Das hier ist jetzt ein kurzer kleiner Preview, ich bin so aufgeregt, weil 96er nachher spielt, sie dürfen sie einfach nicht blamieren, sie dürfen gegen Offenbach einfach nicht verlieren, sie müssen gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube irgendwie dieses Stiche, ich habe überall Stiche. Hier sind überall Ameisen rum und, also nicht hier, sondern allgemein und so richtig ekelhafte Mücken und so Moskitos. Das ist ganz schön. Wobei Stiche, wie man ja genau, Bremen hat sich beispielsweise relativ flammiert, Bochum ist rausgeflogen gegen Astoria Waldorf, das darf nicht passieren für 96, hoffe ich zumindest und es wäre sehr schön, wenn sie heute gewinnen, aber darum wird sie, wie gesagt, im morgigen Vlog gehen, dazu werde da noch ein bisschen was vom, wie gesagt, immer Klippenspringen, das ist eigentlich mehr Plattformspringen gewesen, aber auf jeden Fall darf man noch sehen, würde, denke ich mal, morgen als cooler Vlog solltet ihr auf jeden Fall auschecken. So, jetzt kommen wir mal zum Thema für dieses Video und zwar habe ich mir einen Busgedanken gemacht, was wäre eigentlich, wenn jetzt das Jahr zu Ende wäre, wer würde ins Team of Begier kommen? So war es in den letzten sechs Spielen mit 17 Toren, dadurch bin ich darauf gekommen und ich habe mal so überlegt und es fiel mir noch nie so schwer eigentlich, natürlich sind wir gerade mal bei der Hälfte oder ein bisschen weiter als die Hälfte des Jahres, aber es fällt mir trotzdem sehr, sehr schwer, ein Team of Begier zu ernennen, weil ja auch die Halbjahresleistungen, tut mir leid, wie gesagt, ich bin ein bisschen krank, berücksichtigt werden müssen und da gibt es halt teilweise Spieler, die jetzt eine kranke Saison spielen könnten oder auch gut gespielt haben, weil damals schon bei den großen Turnieren nicht so krass waren, der Champions League nicht so krass waren, ist schon ziemlich schwierig und deswegen erzähle ich euch jetzt einfach mal mein vorläufiges Team of the Year und ihr schreibt mal rein, was ihr denkt, wer ins Team of the Year rein sollte oder wie man das Ganze machen sollte, ich bin gespannt, natürlich ist das alles noch ein bisschen entgegen, natürlich kann man das jetzt noch nicht sagen, wir sind noch sehr weit von Team of the Year entfernt, aber ich fand es eigentlich mal ganz nice, darüber nachzudenken und wie gesagt, das ist wirklich schwierig, da kann man nichts gegen sagen und deswegen würde ich sagen, legen wir nochmal los. Im Tor, das ist eine relativ eindeutige Wahl, ich denke, man muss eigentlich länger drüber reden, das wird Manuel Neuer wahrscheinlich wieder werden, natürlich hat er starke Konkurrenz an sich, David De Gea hat eine klasse Saison gespielt, Peter Andanovic ist auch ein guter Kiefer, auch wenn er bei Inter-Saison noch nicht so läuft, Buffon hat klasse gespielt, dazu hat Juri eine klasse Saison gespielt bei den Spurs und auch eine gute EM, also es ist wirklich, oder hat er überhaupt die EM gespielt? Ja klar, hat er die EM gespielt, es ist wirklich schwer zu sagen, was nach Neuer so kommt, beziehungsweise mit Neuer zusammen, aber wahrscheinlich wird er trotzdem Welttorwart werden, weil er ist mit Bayern Meister geworden und den W-Pokalsieger und das reicht, er ist im Halbfinale der WM gewesen und er ist ja gemein bekannt als bester Torwart der Welt, von daher. Joa, Innenverteidigung, das wird schwierig, weil Verteidigung, das ist für mich schon quasi unmöglich. Ich habe einen Spieler, bei dem ich mir sicher bin, dass er reinkommen muss und das ist Jerome Boateng, unser Lieblingsnachbar, aber ansonsten wird es danach echt richtig, richtig schwierig. Ramos hat die Champions League gewonnen, könnte ich mir an sich vorstellen. Piqué hat die Liga gewonnen, könnte ich mir an sich vorstellen. Beide aber keine gute EM gespielt, von daher eher mich. So, Goudin, krasse Saison gespielt, allgemein und eine gute Champions League, könnte ich mir sehr gut vorstellen an sich, weil er einfach ein krasser Spieler ist. Sagen wir es mal ganz ehrlich, er ist ein krasser Spieler, vielleicht einer der besten Verteidiger der Welt, zusammen mit Boateng, aber der war bei Jakob war nicht so gut, beziehungsweise Uwe war bei Jakob war nicht so krass und er hat keinen Titel gewonnen im Endeffekt, er ist nur im Finale gewesen und die Champions League und Dritter oder Zweiter in einer Liga. So, dazu und Thiago Silva. Thiago Silva ist jedes Jahr wieder dabei, eigentlich, er ist ein krasser Innenverteidiger, er hat wieder die Meisterschaft gewonnen und so weiter und so fort. Aber auch da fehlt mir so ein bisschen die Leistung dieses Jahr, weil er hat die Copa nicht gewonnen, er hat dazu auch noch, muss man ja sagen, nicht die Champions League gewonnen, er hat bei Röhmchen nicht mitgespielt, von daher ist es halt ein bisschen schwierig. Für wen ich mich entschieden habe, und das mag jetzt nicht mehr überraschen, aber ich halte es gar nicht für so unrealistisch, ist Pepe. Denn Pepe hat bisher wirklich, also der hat sich seit 2014, da war er sein letzter Hausrat mit dem Kopfstoß gegen Müller, aber der ist in den letzten Jahren im Vergleich zu früher so viel ruhiger geworden, ist einfach ein klasse Verteidiger, klar. Er ist teilweise noch schauspielerisch, aber das sind sie irgendwie alle, diese südländischen Spieler. Er ist teilweise immer noch sehr unbeliebt aufgrund seiner Vergangenheit, er war früher ein absolutes Arschloch auf dem Platz. Aber mittlerweile ist er sowas von stark, und das zeigt er einfach bei Real und hat das auch bei der EM gezeigt. Er war für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Europameistertitel von Portugal. Ich denke, ohne Pepe hätte Portugal die EM nicht gewonnen, weil der war wirklich sehr, sehr stark. Hat ja auch drei internationale Man-of-the-Match-Cards, beziehungsweise einfach für das Team-of-the-Tournament bekommen, und das vollkommen zu Recht. Und deswegen könnte ich mir auch durch den Champions-League-Sieg, bei dem er ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat, zweiter Platz in der Liga, schon vorstellen, dass Pepe ins Team-of-the-League reinkommen könnte. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, halte die Presse da drüben. Ja, allerdings haben wir noch zwei Positionen. Wie gesagt, Rodin könnte ich mir vorstellen, aber normalerweise brauchst du zwei Außenverteidiger, kriege ich aber einfach nicht hin. Kriege ich nicht zusammen zwei Außenverteidiger noch. Dani Alves, nee, für mich nicht. Jordi Alba, auch nicht nach der EM. Deutsche Außenverteidiger kannst du sowieso nicht da mit reinnehmen. Französische wird auch schwierig, Portugiesische wird auch schwierig, weil die ja keine Titel gewonnen haben. Man könnte beispielsweise den Christian Fuchs für die Premier League, aber auch nicht, weil ist halt einfach nur Fuchs. Der Einzige, der für mich so realistisch halbwegs noch ist, oder die einzigen beiden, sind Marcelo und Alaba. Ich habe Alaba jetzt in Mainz einfach mal reingenommen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich werden wird, weil die EM-Ball richtig scheiße von Österreich. Und er ist Meister geworden, er ist ein wichtiger Spieler, der beste Außenverteidiger der Welt vielleicht, aber ich weiß es nicht. Dani Alves ist außerdem gewechselt zu Juve, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beispielsweise ein Marcelo da reinkommt, weil Marcelo, ich meine, er hat natürlich die Champions League gewonnen, aber, und er hat auch klasse gespielt dieses Jahr, gar keine Frage. Aber wieder ins Team auf fliegt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist damit, vielleicht, vielleicht tatsächlich Alaba und Marcelo, wenn es wirklich 2.000 Verteidiger werden, wenn es ein Innenverteidiger, 1.000 Verteidiger Position werden wird, dann könnte ich mir Godin, glaube ich, noch am ehesten vorstellen. Oder, ne, eigentlich könnte ich mir Godin noch am ehesten vorstellen. Weiß es aber auch nicht genau. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Kommen wir zum Mittelfeld. Auch das Mittelfeld ist sehr, sehr schwierig. Das Problem ist aber vor allem der Sturm. Dazu komme ich gleich. Im Mittelfeld habe ich 2 Spieler, die mir relativ, okay, eigentlich ist keiner davon safe. Eigentlich ist keiner davon wirklich safe, aber ich habe mal eine Begründung, warum ich sie reingepackt habe. Fangen wir an mit dem offensichtlichsten Paul Pogba. Hat sein Land in gewisser Weise ins EM-Finale geführt, hat Juventus Turin zum Meistertitel geführt, hat eine klasse Saison gespielt, Chiellini und so werden natürlich noch Schauts für die Innenverteidigung. Aber weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht dran. Hat, weil die Serie ja nicht so competitive ist oder nicht so berücksichtigt, wie gesagt, hat sein Land zur EM-Finale geführt, zur Meisterschaft, hat er Juve geführt und dann ist er natürlich jetzt noch zu United gewechselt für 105 Millionen, also teuerster Fußball aller Zeiten in dem Alter. Und ich denke mal, United wird aufgrund dieser Riesentransfers die auch eine relativ große Rolle spielen. Von daher nicht um, wenn er da reinkommt, aber muss man abwarten. Ich könnte mir auf jeden Fall am ehesten bei ihm vorstellen. Und dann haben wir noch zwei andere, die ehemals in der Bundesliga, beziehungsweise aktiv in der Bundesliga spielen. Einmal Toni Kroos. Bei Kroos ist es so, für mich ist Kroos mit der beste Mittelfeldspieler der Welt, für mich auf einem Level mit ihm, Jester und Co., also mit Modric auch. Also ich finde, Kroos ist mit Modric vielleicht Popper und so der beste Mittelfeldspieler der Welt. Der hat einfach sowas von der FC Traub. Klar, man kann immer sagen, er spielt viele Querpässe und so, aber was der Typ für eine Passquote hat, wie viele unglaublich wichtige Bälle er auf die Ausbildung, was er für Standards schlägt, krass. Natürlich eine riesige Wichtigkeit für Real Madrid, mit Deutschland im Halbfinale gewesen bei der EM, hat da auch eine wichtige, wichtige Rolle gespielt. Er hat zu Meister geworden, ist er nicht, aber immer ein zweiter Champions League gewonnen. Ich könnte es mir an sich vorstellen. Kroos wäre an sich eine recht logische Wahl. Der Dritte im Bunde ist dann nochmal so ein bisschen riskant, weil ich wirklich keine Idee gehabt habe, aber das ist der Erste gewesen, in dem Popper, der mir eingefallen ist. Bei Kroos muss ich länger überlegen. Arturo Vidal. Denn Vidal ist mit Bayern Meister geworden, hat eine richtig wichtige Rolle dabei gespielt eigentlich, hat auch den Pokal gewonnen in Deutschland und hat die Coppa gewonnen mit Chile. Und dementsprechend könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Er ist nach dem Wechsel zu Bayern absolut aufgeblüht da. Er hat eine richtig, richtig, richtig starke Saison gespielt. Er ist natürlich ein Haudegen, aber er ist unglaublich wichtig, defensiv und offensiv. Und auch wenn er von den deutschen Kommentatoren irgendwie nicht gemocht wird, weil er halt ab und zu mal eine gelbe Karte bekommt oder ab und zu mal ein bisschen ruppiger spielt, in meinen Augen absolutes Genie. Und dementsprechend wäre er im Team of the Year auf jeden Fall angebracht. Könnte man auf jeden Fall rechtfertigen. Wie gesagt, da ist die Koppa und die Meisterschaft. De Bruyne und Co. eher nicht. Auch von Chelsea sich jetzt keinen Kante könntest du noch nehmen, aber auch nicht wirklich. Also ich denke mal, die drei sind schon gar nicht so unrealistisch. Oder was denkt ihr? Sturm? Ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. Ronaldo, Suárez, Neymar. Was, kein Messi? Ne. Woran liegt das? Ganz einfach, Suárez momentan, wie gesagt, diese kranke Torxquote. Bayer Coppa nicht viel gesitzt, aber Meister geworden mit Barcelona. Und einfach, weil er so viele Tore schießt, müsste es für ihn reichen. Es wird sich wahrscheinlich zwischen Suárez und Messi entscheiden, bin ich mir relativ sicher. Ja, einer von den beiden wird es werden. Ich bin momentan, obwohl ich ihn hasse, eher auf Seiten von Luis Suárez, einfach, weil er momentan so unglaublich viele Tore schießt. Auf der anderen Seite Neymar, ja, Meister geworden, Olympia gewonnen. Ich mag ihn nicht, ich bin kein großer Fan von ihm, aber er ist ein klasse Fußballer Meisterschaft irgendwie auch verdient. Ja, ich finde ihn nicht sympathisch und ich würde niemals sagen, dass der Typ irgendwie zu meinen gemochten Fußballern gehört, dann auch er deutlich, deutlicher Messi. Aber ja, ich denke mal, er hat es verdient, gar keine Frage. Und dann auf der linken Seite Ronaldo, denke ich mal, gar keine Frage. Champions League gewonnen, Europameisterschaft gewonnen, Zweiter in der Liga, ist ganz logisch. Das Problem ist, wie gesagt, kein Messi drin, eventuell. Dementsprechend, schreibt man eure Meinung rein, ist diese Dreier. Normalerweise müsste man irgendwie ein paar Stürmer ins Mittelfeld packen, dass er gäbe noch so eine Verteidigung, irgendwie 3-4-3 spielen oder sowas, weil Griezmann, Messi, Lewandowski, Higuain, du kannst einfach nicht alle da reinpacken und das sind vier, die noch fehlen, theoretisch, die es verdient hätten oder die man rechtfertigen könnte und keiner von denen ist drin und vorne sind schon Suarez, Neymar und Ronaldo und von denen du eigentlich auch keine rausnehmen kannst. Also richtig, richtig schwierig dieses Jahr und deswegen würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Ich bin gespannt. Schreibt mir eure Shouts in die Kommentare, schreibt mir eure Meinung zu den potenziellen Karten in die Kommentare, was meint ihr, was für Ratings die haben werden und schaut morgen auf jeden Fall beim nächsten Video vorbei. Videobeschreibung, Links zu FIFA 17, wenn ihr euch vorbestellen wollt, könnt ihr da auf jeden Fall machen. Über Amazon würde ich mich freuen, wenn ihr das mal meinen Link macht, kriegen eine kleine Provision, ist klasse und nach dem Beta, nach der Close Beta und so nach Gamescom scheint das Spiel auch richtig gut zu werden. Also lohnt sich auf jeden Fall. IG-Vault ist auch verlinkt, dazu meine ganzen Social Media, schaut da auf jeden Fall vorbei, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, der Karrieremotor hat euch auch gefallen und damit verabschiede ich mich. Bis dann, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, haut rein und ciao.